Hallo, wir sind heute bei der Cation in Gertringen. Das ist in der Nähe von Sindelfingen. Wir sind auf einer 600 Meter langen Indoorbahn mit 17 Kurven. Das heißt, ihr könnt ordentlich kurbeln. Und ein bisschen zum Verschnaufen, die lange Gerade und gegenüber auch noch mal etwas längeres Stück hinter den beiden 180 Grad Kern. Das schauen wir uns jetzt mal an und wir fahren zusammen eine Runde Cation in Gertringen. Das ist 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 eine Runde Cation in Gertringen.